Servus und herzlich willkommen zurück zu The Division mit Wazzi und Möppi. Servus. So, und weiter geht's hier. Möppi hat extra nochmal einen Charakter hochgespielt, der hatte schon Level 9er. Aber damit er mit uns mit dabei sein darf. Kann. Darf, darf, darf. Könnte ja auch mit dem 9er dabei sein. Ja, das ist richtig. Aber wir wollten das ja nicht allzu einfach haben. So, machen wir den Lincoln-Tunnel, wa? Ja, Weg aus. Du bist doch hier der Gruppenführer. Aber ihr seht doch den Weg auch, oder? Ja. Können wir doch in die U-Bahn gehen, dann kriegt man Waffenteile. Ja, hat Möppi vorhin auch schon vorgeschlagen. Er hat da einen bestimmten U-Bahn-Tunnel schon raussortiert. Hab ich gehört, hab ich gehört. Also Waffenteile soll man in den U-Bahn-Tunnel massig finden. Hab ich auch gehört. Auf jeden Fall. Weil ihr wisst, diese Areale bleiben markiert, ja? Also man kann da alle zwei Stunden hin und die Teile neu holen. Ah, hast du rausbekommen, ja? Das ist immer wieder neu spawnd. Ja, ja, das steht sogar irgendwo in den Tipps drin. Ah, okay. Oh, hier sind welche, hier, da vorne sind welche. Böse Buben. Oh, irgendwer hat sie... ...angelacht. Was haben wir davon, wenn wir jetzt die Feindbasis hier angreifen? Na, da hinten gibt's Waffenteile. Achso. Oh, ja. Lass uns hin. Aber da kommt gleich jemand raus. Da kommt... Ne? Alter! Gleich was. Uh! Da hat's mich umgenutzt. Möppi, drück mal F. Yeah! Danke, Möppi. Oh. Irgendwas war doch da nach links gerade, oder? Ist hier nicht irgendwer über den Zaun gehüpft? Oh. Neues Gewehr. Hast du wieder ein Glück? Oh. Neues Gewehr. Und ne Korrekturmaske. Objekt plündern. Ein Sicherheitsholster. Wunderbar. Objekt plündern. Läuft der hier? Läuft der hier? Ne Polizeitasche mit ne Ströne? Ja? Ähm. Ja, genau. Geh mal aufs Dach hier. Weil da oben schwirrt irgendwie noch so ne olle Drohne rum. Also zumindest vorhin bei mir. Gut, hier scheinbar nicht. Seht ihr den Fallschirm da oben? Wo oben? Am Gebäude hängt der. Ja. Ja. In der kaputten Drohne. Und hier unten ist jemand. Okay, dann... Ich hab die schon runter. Kann ich sogar abschießen. Da unten sind sie. Ich glaub, hier ist die Treppe runter. Ich kann hier gar nicht drüber gucken. So. Ui, da hinten auf der anderen Straßenseite. Hinterm LKW ist noch einer. Jo. Möpi prescht vor. So, was ist mit der Drohne? Die kann man abschießen. Die ist rot bei mir. Schießt die mal runter und dann kannst du was einsammeln. Und dann kriegst du auch noch mal X. Ah, cool. Ein Flugzeugteil. Oder sowas ähnliches. Krawall. F einsammeln. Eigentlich hieß es ja mal, dass man per Tablet oder Handy halt das Ding steuern könnte irgendwie. Oh, hier sind noch Feinde. Ouch. Was? Ach hier. Hier ist bestimmt wieder so ein ATQ, wa? Wollen wir die nehmen oder wollen wir die nicht nehmen? Die nehmen, wa? Die nehmen sie alle. Ui, von da hinten kommt ne ganze Menge an. Oh, schön verrissen hier. Oh, hier ist ein Polizist drinne. Das ist einer von uns. Und ne Tasche. Wunderbar. Mehrere Taschen. Ein Müsli-Riegel. Sauber. Für den Appetit zwischendurch. Ich komme. Hier ist wieder Geiselbefreiung. Hör, 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 hör. Du hast hier den Schlüssel bekommen. Zivilisten sind in Sicherheit. Toll, hier steht ein Cop drinne und wir müssen erst hier die Zivilisten befreien. Ja, oder was? Auf jeden Fall. Ah, jetzt habe ich ja wieder hier... Und war da hinten was im Raum drinne? Habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber mit Sicherheit. Ist ja meist nicht. Ne Kiste auf jeden Fall. Oh. Strafvollzugsholz da. Na, aber auch nur eine Tasche. Hm. Okay. Ich habe mir knifft, du. Angeber. Aber ich werde mal gucken hier. Kurz Rüstung. Die Korrekturmaske auswählen. Zack. Immer das Beste der besten Sachen anlegen. Auf jeden Fall. Ich kann Ihnen dieses Matschgeräusch dabei. Hupen, bitch. Hm, hm, hm. Ist okay, das... Ja, lassen wir es erst mal. Weiter Richtung Lincoln Park. Oder Tunnel, was das war. Tunnel. Genau. Ich folge euch unerfällig. Oh, das ist auch was Rotes. Oh, da hinten sind wir, ja. Pöse, pöse Jungs. Warte mal auf hier. Schön in die Arme gerannt ist er mir. Schön. Kommt noch jemand? Oh, ne ganzer Menge kommt hier. Oh, wie ich hier verreise. Ich muss die Maus sensibilität mal runterstellen, glaube ich. Dürfte es gewesen sein. Aber hier knallt es noch irgendwo. Ja, da hinten. Aber wir sind ja hier eh schon am linkeen Tunnel, wa? Ich glaube ja. Hier kommen wir nicht rüber. Äh, nee. Wir müssen hier hinten beim Tor wieder raus. Hier ist schon die Beschreibung. Lincoln Tunnel Checkpoint. Hier Käpt'n Benetis. Er bitte sofortige Unterstützung am Kontrollpunkt linken Tunnel. Diese Arschlöcher schnürmen die Blockade. Wenn sie die Schleusen sprengen, könnte das ganze Ding geflutet werden. Ah, hier rechts müssen wir lang. Praweg. Was habt ihr denn da gefunden? Ach, ein Computer. Ja. Scheint aber ein guter zu sein. So, ne? Von wegen ewig und drei Tage der Witterung ausgesetzt und so. Und funktioniert trotzdem noch. Ja. Aber ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Das heißt, wenn du wirklich mit willst. Oh oh. Ja, da sind wieder so... Ich muss mal ne Granate schmeißen. So, hör zu. Okay. Zack, ne, ne, geschmissen. Aber die rennt nicht. Oh, hier wär'n auch Benzinkanister gewesen. Schade. Ja, ja, ja. Lauf mal schön vor, Benni. Vielleicht siehst du noch ein paar. Na ja, ich, gerade ich, Blind-Pese seh' oder so oder so. No, no, Sniper. Oh. Geht in Deck, oh. Oh, und dann noch so'n etwas härteren, wa? So, einmal hier V gedrückt. Oh. Ich brauch' mal bitte Hilfe. Wie bist du? Hinter'n Taxi. Da, wo wir hellgekommen sind. Ja, Möpi komm' grad schon. Hervorragend. Naja, selbstverständlich, Junge. Oh, schon wieder. Ein Sniper ist noch da oben. Ich versuch' den mal mit ner Nate runterzulocken. So, down is' er. Sehr schön. Hat gerade aber gekostet. Ist da was oben? Ja. Das ist der Hilfe-Set, wa? Äh, ne Kiste ist hier auf jeden Fall. Oh, ne blaue Security-Tasche. Bam, Rucksack ist es, glaube. Also, für mich zumindest. M4-Polizei-Version. Auch blau? Ja. Schutzschonar. Auch blau. Sauber. Ketten, sie wollen den Tunnel stürmen. Die schießen auf alles, was sich bewegt. Oh Gott, die sind wie ein Heuschreckenschwamm. Lass sie nicht durchbrechen. Oh, da oben auf dem Dach wieder, wa? Warte, warte, warte. Ich geh hier mal. Ich geh hier mal. Ach, Warnung, Feinde im Anmarsch, dachte mir, ist ja ein Ding. Ich bin hier jetzt so überhaupt nicht drauf gekommen. Ihr seid da beide drüber geklettert, oder was? Nein, ich bin drunter. Ich bin drunter, ja. Der eine brennt. Oh, scheiße, ich hab keine Mumpeln mehr. Das ist schlecht. Ach, puh. Na los, ich komm schon hier. Fuck, Ratte. Ich bin drunter, doch. Alter. Ah, ha, 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 ha. Hm. Captain Benitez, hier spricht Feil Lau. Wir sind Division-Agenten und haben die unmittelbare Gefahr neutralisiert. Ich lege sie auf unseren Funk, dann können sie die Unterstützung dahin dirigieren, wo sie gebraucht wird. Das sind gute Nachrichten, aber es gibt auch schlechte. Ein paar dieser Kerle sind durchgebrochen und bringen Sprengstoff an den Schleusen an. Die wollen raus, koste es, was es wolle. Und sie wissen, was uns bevorsteht, wenn diese Bomben hochgehen. Ach, die Bomben werden schon nicht hochgehen. Doch, war schon. Ich glaube schon. Dum, 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 dum. Das Flutho erreichen. Ja, da hinten sind jetzt welche, die Bomben platzieren. Da wollen wir sie doch mal kaputt machen, ne? Auf jeden Fall. Soll ich eine Granate schmeißen? Ja. Ja, da sind sie kaputt. So, jetzt kommen sie vom Tunnel wieder, also vom anderen Ende wieder reingelaufen, ne? Okay. Müssen wir die Bombe entschärfen oder so? Ne, ne, das macht jetzt die... Nur aufpassen. ...Uschi oder so, was weiß ich. Welche Uschi, das ist doch ja, Kinder. Das ist doch gerade eine rausgekommen. Ja, stimmt. Können wir nachladen? Müpi, fängst du schon nach vorne ab? Ja, ja, ist doch gut. Oh, und der noch noch lila, ne, Feinde. Der ist jetzt kaputt. Ja, bei mir liegt hier natürlich ausgerechnet ein Gaskontainer. Nicht so wirklich von Vorteil her. Gut, das war gerade eine doofe Idee. Was denn? Hier oben, so weit vorne zu sein, irgendwie. Festgesetzt. So, eine Minute dreißig müssen wir die jetzt nur beschützen, ja? Mhm. Kommt jetzt. Ich hab mal locker. Na, aber selbstverständlich. Da komm schon wieder, Wäsche. Oh, mit was wir lennen, dann im Hintergrund. Oh, ich glaube, je mehr Leute das sind und die... Ja, desto länger dauert das mit den Angriffswellen irgendwie. Wieso? Bei dir war alleine nicht so lange, oder was? Nee. Oh, Möpi, bei dir ist... Hast du schon, okay? So, 5, 4, 3, 2, 1, vorbei. So, da hinten ist aber noch irgendwas. Lila. Lila mit Raketenwerfer. Bam, da legst du dir nieder. Den ist egal, wen sie töten, um zu kriegen, was sie wollen. Kommen Sie, wir treffen uns im Kontrollzentrum. Alles klar, treppen wir uns da. Ab ins Kontrollzentrum. Alles erst mal einsammeln. Guck mal, hier hinten ist noch eine Kiste. Ach so, Munitionskiste. Auf jeden Fall sind wir hammerhart. Naja, selbstverständlich. Hallo. Hallo. Und wieder mal ist hier die Polizei direkt vor Ort, die Hunger und kann nichts machen. Sie brauchte die Hilfe von uns dreien. Von uns dreien Nappels, ja. Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber... Hättest du ruhig machen können. Oh, hier ist der Rucksack. Lüsliriegel. Lüslirin.